Willkommen zurück zu Naruto Ultimate Ninja Storm 4. Wir waren bei... Tatsächlich bei Taka über alles. Und da machen wir jetzt auch weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das Vorbild für Tobi gewesen. Ach man, ich hasse das, wenn der hier in die falsche Richtung geht. Und das Problem ist, ich glaube ich, ja, ich lasse das mit der 20er-Kombo am besten sein. Wenn er mich jetzt mal... Okay, 20er-Kombo habe ich verpasst. Und 70% habe ich auch... Kann ich leider auch knicken. Musste die Geheimtechnik von Oshimaru sein, weil mit dem kann ich nicht sonderlich gut treffen, muss ich sagen. Aber ich versuch's trotzdem. Weil sonst wäre ja langweilig. Ach komm schon! Jetzt ist irgendwann auch mal gut. Und das würde auch nicht reinpassen, wenn ich jetzt Dings anwende. So, hab dich. Ja, hätte mich aber fast erledigt. Aber das Zeug ist ja eh nicht. Ja, hätte ich... Ja, hätte ich... Okay, bitte. Sasuke! Wer ist das? Was ist Sasuke? Entschuldigung. Das war's. Kabuto. So, was auch immer es war. Hä? Das ist Kabuto? Was hast du hier gemacht? Du auch. Was ist Sasuke? 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 Ich bin nicht so, als ich. Ich bin Sasuke, nicht. Sasuke-Kunner hat sich nicht mehr anstrengen. Ich bin Sasuke-Kabuto. Dann ist Sasuke-Kabuto. Ich bin Sasuke-Kabuto. Ich bin Sasuke-Kabuto. Ich bin Sasuke-Kabuto. Ich habe mich geblieben. Ich bin Sasuke-Kabuto. Ich habe das Wort und das Wort. Ich bin Sasuke-Kabuto. Ich bin Sasuke-Kabuto. Taka, überall ist Ende. Ja, ich weiß auch nicht, was das eben so rumgepackt hat. Mein Computer war nicht ausgelastet. Irgendwie war das total verbuggt. Du bist ja selbst, als ich das Video angehalten habe, noch weitergelaufen. Also, das verstehe ich nicht. Also, da war eben echt irgendwie der Wurm drin. Auf jeden Fall haben wir noch lange nicht die Zeit, die wir eigentlich hier für den Part brauchen. Wir können jetzt die unendliche Reinkarnation des Isanami machen. Also, den man Kabuto nannte. Oder der Wind heult und Donner grollt. Also, ich würde sagen, wir machen erst mal das. Und dann gibt es nächstes Mal komplett hier den Kampf, weil der braucht 33 Minuten. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Orochimaru. Was ist das? Das ist ein Kabel zu vertreten. Und dann, wenn ich die Kabel nicht für einen Kabel herauskriege, das ist die Kabel nicht so. Aber wenn ich mich nicht so, dann kann ich mich nicht wegnehmen. Ich werde immer nur noch, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich werde immer wieder etwas zu sagen, dass ich das gleiche Verletzen werde. Ich bin immer noch am Ende. Ich habe mich nicht verletzten, dass ich mich nicht verletzten, so etwas zu tun war. Aber ich habe mich nicht verletzten, dass ich es so bereit habe. Ich habe mich nicht überrascht, ob ich mich beschleunigt habe. Ich hab mich nicht verletzt, aber mich an zu immer wieder nachvollziehen. Das ist das Problem. Ich habe mich nicht sofort verletzt, dass ich es nicht so verletzt habe. Ich habe mich nicht immer wieder zu verletzten. Ich bin... Ich bin doch perfekt. Ich weiß nicht. Du bist überhaupt nicht perfekt. Uchihai Tatsui! Ich kann mit diesem Gegenangriff nicht umgehen. Das ist mein Hauptproblem. Ja, eher schon. Ich hasse Gegenangriffe. Ich weiß auch nicht, warum ich damit nicht umgehen kann. Das hätte ich jetzt ruhig zählen dürfen. Aber klar, für Gegenangriff braucht man halt eine gewisse Affinität. Ich bin nicht auf ihn. Ich kann das überhaupt nicht. Habe ich ihn getroffen? Erzählte das? Na, jetzt habe ich ihn auf jeden Fall mit den drei Hits getroffen. Und er hat mich getroffen. Das ist doch auch mal was. Ich will Gegenangriff verwenden. Jetzt muss ich ihn noch weit genug erledigen, dass ich ihn mit dem ultimativen Jutsu fertig machen kann. Das müsste jetzt eigentlich sogar schon reichen. Ja, tut das auch. Und er ist weg. Ich finde esושalte das Spiel. Ich bin hyster固isch. Ja, einfach.... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin, aber... ...Matter Loop? Was ist das, was ich? Ich bin, ich bin,完璧. Ich weiß nicht, was ich? Du bist, nicht完璧. Ich bin, was ich denn? Ich bin... Ich bin, egal... Ich bin nicht mir einfach. Dann... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich war... Ich war... Ich bin... Ich bin... Es ist... Ich bin... Es gibt verschiedene Erinnerungen in den Körper. Aber es gab keine Erinnerungen. Das war, dass ich für mich wirklich für meine Erinnerung hatte. Das war der Zeit, in diesem Ort. Ich war sicher als兜. Ich habe mich als ich, als ich, als ich, als ich, als ich. Der Mann den nun Kabuto nannte. Ja, Kabuto musste es erst verstehen, bevor er hier wirklich rauskam. Ich glaube, der Part ist diesmal ein bisschen kürzer. Ich hatte zwar meine Uhr gestellt, aber durch die Unterbrechung ist es ein bisschen durcheinander. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob der Part wirklich schon vorbei wäre. Zumal das ja bloß hier auf 12 Minuten ausgelegt ist. Und ich glaube, so ungefähr die Zeit haben wir jetzt. Allerdings möchte ich einen 33 Minuten Kampf jetzt nicht nochmal anfangen. Deswegen lasst ihr mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da einen Daumen nach oben. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn wir hier den letzten Kampf beginnen. Der Wind heult, der Donner gerollt. Bis dann, euer Wolf.